So, herzlich willkommen zurück zu meinem Dies und Drei Let's Play. Wo haben wir jetzt stehen geblieben? Ach, bei dem ganzen Gedönsel. Irgendwo, ja. Okay, da war ja der hier. Genau. Der Kandidat. Stirb. Ich will dich nicht haben. Aber ich speichel das mal woanders. Ähm. Machen wir das mal da drauf. So. So viel Maßtreiber-Munition hier. Verschossen hier. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Was haben wir denn da hinten für eine schöne Rakete? Nachbarn-Rakete. Ah, komm. Zieh dich, keiner will dich. Oh. Ausgehend davon, dass ich keine Energy mehr habe. Und das ist ja gelegen. Ba-bam. Ich wollte zwar eigentlich der Energy benutzen, aber... Von mir aus. So. Ach du kacke. Du bist also auch wieder dabei. Das ist aber nicht so noch nicht gut. Das ist... Das ist... Hier... Liegen. So. Wo ist der Herz? Da sind es zwei sogar noch. Ich nehme mal was Anständiges. Wird ich euch da auch erwische. So. Da ist noch Schild. Immer wieder gerne gesehen. Oh, da ist der andere. Viele Gegner ließ. Ah. Da ist noch so ein Ding. Oh, nicht du. Ah. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Nee, das ist... Das ist wirklich jetzt ganz blöde. Ah. Ganz blöde. Ähm. Hm. Ist auch ein bisschen blöd, dass ich jetzt nicht so leicht an Energy rankomme, ne? Das ist auch ein bisschen blöd, dass ich jetzt nicht so leicht an Energy rankomme. Genau. Ist das da vielleicht... Ah, lass mich doch da mal durch. Ach. Ja, das ist natürlich auch schön, dass man das jetzt entdeckt. Dass ist ja auch ein bisschen blöd, dass man das jetzt nicht so leicht an Energy rankomme. Ähm. Das ist doch alles schrecklich Mensch, ich wollte doch Ich wollte euch doch nur töten und nicht 25.000 Gegner auf einmal haben Ach, da unten versteckt euch Versteckt jetzt natürlich So Kommt mal wieder hoch hier, dass ich euch mal platt machen kann Das wäre doch mal was Oh Gott Sie sich schon wieder verstecken Ich glaube das ist ja einfach nicht Goddammit Komm her Ah Wo ist das scheiß Loch So Ja jetzt komm endlich her und lass dich mal töten bitte Dankeschön War doch jetzt nicht so schwer oder So Jetzt einzusehen Das du tot gehörst meine ich So Die Warum hinterlasst ihr diesmal nichts Letztes mal habt ihr soweit ich mich erinnern kann Und jetzt macht ihr nicht mehr Was soll der Unfu Das ist doch irgendwo da unten Mensch Mensch Komm her Also Geht doch So Boah Mit ein Schild her Wird gerne genommen So Perfekt Perfekt So Jetzt zurück Wo ist der Rest jetzt Was Hier war irgendwo noch so ein Feuerspucker So 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 Und wo war überhaupt dieses Ja ich glaube ich hab's gefunden Warte mal Ah da ist was BAM Das hat weh getan ne Ja das war einschlägig Oh Uah Hat es weh getan Wenigstens Ich bin der Meinung die ne gute Ladung verpasst zu haben So Haha EMD War jetzt schon zu gefallen aber warum hab ich denn vorhin eigentlich den Laser genommen weil ich doch diese Waffe hab Die EMD finde ich wirklich gar nicht mal schlecht Nett So Besser als der Laser wie ich finde Besser als der Laser wie ich finde Ah vielleicht direkt den Afterloper nehmen soll ne Wär vielleicht schlauer gewesen Aber wir kriegen ja eh Schild so Es beschäftigt aber noch wo der Wenn die Zielsuchen Raketen ist wo ist denn der hier hin Der muss ja auch irgendwo noch sein eigentlich Der muss ja auch irgendwo noch sein eigentlich Kann sicher nicht Luft aufgelöst haben Ne Irgendwo muss der ja sein Den Den habe ich noch nicht getötet Wo ist der Was haben wir denn hier unten noch Warst du das vielleicht Du warst das bestimmt Du warst das bestimmt Vergiss mich nicht Vergiss das Vergiss mich nicht vergiss das Da ist mein Loch Da ist mein Loch Sofort mein Loch Und schon Und schon haben wir auch wieder Energy Wie So Weiter geht's Weiter geht's Weiter geht's Weiter geht's Und runter geht's So Gehen wir da nochmal hin Und jetzt den Rest Gehen da hinten Gehen da hinten Gehen wir vielleicht auch damit Platt machen Das könnte in dem mit sogar besser gehen Nächste Rakete Ich hab sie mal voll vergessen Komm her Ich frage mich nicht die Sau Aber ich frage dich nicht die Sau ich glaube der ist explodiert ich weiß es nicht so recht ne der lebt noch lebt leider noch boah das war eigentlich nicht die waffe die ich haben wollte aber hat ja funktioniert dieses blöde Mistfeed da hinten will einfach nicht kommen wir aber noch komisch ne wenn hier schon eh welche rumliegen warum nicht sterb das gibt es doch einfach gar nicht nicht auf der Bastard kommen wir da mal hin jetzt so der einfach nicht will das wird da durch so ja nur eine ist mehr rückholbar das macht nix das ist nicht so schlimm ein Loch war hier ne ja genau so ah da hinten liegt doch noch ne rumlieg das können wir eigentlich mal holen wenn da nicht ein Gegner runter kommt oh das ist noch energy was haben wir überhaupt noch das ist hier unter cool ok ok dann brauche ich ja eh nur da hinten links sehr schön zu wissen die orientierung ist jetzt zum letzten mal so gar nicht mehr so richtig da eigentlich ne aber ich versuche mich ein bisschen wieder reinzukommen hier so ja wir können mal konvertieren und hier oben nochmal konvertieren so ach da kommt der Gegner die ich brauche ganz schön viel energy die EMD das ist das einzige dicke Manker an dem Ding das bist du ein impact mortar kann ja nicht verkehrt sein die waren ja soweit ich weiß ganz nett so hier ist nix weiter wo ist das da oben irgendwas was wir schon haben seid ihr denn auch nicht du schon wieder was hab ich denn womit hab ich diese Gegner verdient ah haut ab mensch verzieht euch womit hab ich euch bloß verdient ah lass es bleiben du Arsch gesicht will sofort meine waffe wieder so was hast du mir da wieder weg genommen die plasma das ist wohl nicht wahr ey schämen soll es sich schämen maßtreib ist aber schön gut gefüllt wieder na egal speichert oh ich hab gar keine Dings mehr es ist doch zum heulen am laufenden band geht einem die energy aus hier voll schlimm na gut aber bevor ich neue energy hole gucke ich jetzt mal was hier noch so zu holen ist und hier ist auch bestimmt auch noch irgendwas zu holen nämlich noch schild wie man sieht so muss ich mal eine sache hier abschließen den kaputt so nur da oben dann diese komische rakete die jetzt nicht so toll ist aber naja in welcher form sind die sind drei waffen auch toll also aber die emd gun ist ja wirklich ganz nett wenn sie nur nicht so viel energy verbrauchen würde dann wäre sie natürlich noch toller gut aber hier ist jetzt nichts mehr gut ich erst mal die lage checken dass wir das mal halbwegs mal wieder lineare hinkriegen so speichern und da waren wir gekommen ne was haben wir hier überhaupt noch naja gut so das war hier hier sind auch noch gegner hätt man besser konvertieren können aber scheiß drauf so wir haben eh genug schild gut hier ist nichts mehr großartig geht es hier noch weiter mein gott so viele wege hier oh lass mich in ruhe ist gut denn jetzt ah wie man die immer festhakt voll schlimm na gut hat sich selbst gelöst das problem so ich wollte mich grad mit dem die emd nachhilfen aber war nicht nötig das war nicht so ganz geplant aber naja gut gut mein gott orientierung ist ja schon völlig tot jetzt ne hier sind tausende von wege und das ist ja echt der wahnsinn ah jetzt bin ich aber glaub ich wieder am anfang hingelangt vielleicht habe ich denn mal zur abwechslung jetzt hier die orte alle durch das wäre ja wirklich mal wünschenswert so wups da müssen wir dann wieder durch das scheint glaube ich jetzt der einzige weg noch zu sein wo es weiter geht gut speichern wir mal und dann müssen wir hier wieder runter das scheint mich der hauptweg jetzt zu sein wo es weiter geht so gut das hatten wir auch noch her genau hier wollen wir auch noch durch genau und irgendwo kamen diese schrecklichen viecher ne da oben ist rapid fire ne quatsch quadlaser war das ach du scheiße was ein riesiges ding und ich würde sagen das riesige ding machen wir das nächste mal denn der part ist schon wieder zu ende joa bedanken mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal bye bye noch mal bye ich würde كم